Der Spendenaufruf für den schwerkranken Star Heinz Hönig, 72, das Boot, hat es vielen Menschen nahegebracht. Einige Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland sind nicht ausreichend abgesichert. Es ist ein typischer Verlauf. Die Altersarmut ist, wenn man nicht wahnsinnig aufpasst, leider typisch, sagte der Schauspieler Heinrich Schafmeister, 67, Wilsberg, der deutschen Presseagentur. Schafmeister setzt sich als Vertreter des Bundesverbandes Schauspiel BFFS für gerechte Bezahlung und Versicherung in der Film- und Fernsehbranche ein. Ich weiß von Kollegen, die sich oft beschämt fühlen, sagt Schafmeister und erklärt. Dann sprechen Leute sie an und sagen, ja, ich habe sie gestern im Fernsehen gesehen. Da haben sie den Schlossbesitzer gespielt. Und man selbst als Schauspieler kann sich im echten Leben bei der Bank nicht blicken lassen. Dass viele Menschen aus der Schauspielbranche im höheren Lebensalter in Schwierigkeiten gerieten, habe auch strukturelle Gründe, sagt Schafmeister. Neben schwierigen Beschäftigungsverhältnissen gehe es häufig um Lücken in der Versicherung. Gerade wenn weitere große Rollen ausbleiben, hat das häufig Folgen. Nicht nur für Schauspieler gelte ja, wer in Altersarmut gerät, kann womöglich die Privatversicherung nicht mehr bezahlen. Das passiere häufiger, so Schafmeister. Altersarmut tritt bei sehr, sehr vielen Schauspielern auf, nicht nur bei den Unbekannten, auch durchaus bei vielen Namhaften. Viele wären überrascht, wenn sie wüssten, bei wem das alles zutrifft. Das Management von Heinz Hönig hat auf deutsche Presseagenturanfrage diese Woche einen ähnlichen Teufelskreis geschildert. Aufgrund von fehlenden Aufträgen konnte Herr Hönig schlussendlich die Krankenkassenbeiträge nicht mehr begleichen. Da er durch verschiedene Aufträge unterschiedlich versichert war, musste zunächst erstmal festgestellt werden, bei welcher Krankenkasse er zuletzt versichert war. Da Hönig über 55 Jahre alt sei, erschwere auch das den Prozess, wieder in der Krankenkasse aufgenommen zu werden. Hönigs Familie hat einen Spendenaufruf gestartet, um die OP-Kosten zu decken. Hönig wird derzeit in einem Berliner Krankenhaus behandelt. Sein Gesundheitszustand war auch nach seinem Aufwachen aus dem Koma sehr ernst, wie das Management Siegelring mitteilte. Medienberichten zufolge hat bei Hönig eine bakterielle Entzündung einen Stent im Herz beschädigt, die Aorta müsse ausgewechselt werden. Zudem gäbe es ein Loch in der Speiserröhre. Das macht einem große Sorge, sagte Ralf Siegel. Da kann man nur hoffen und beten. In München hatte Hönig bei der Premiere des Musicals ein bisschen Frieden von Komponist Siegel auf der Bühne stehen sollen. Hönig spielte im 1980er Jahre Erfolg das Boot mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er Jahren, Der große Bellheim, Der Schattenmann, Der König von St. Pauli. Zuletzt hatte er im RTL-Dschungelcamp als Kandidat mitgemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017